Was geht ab zusammen? Hier ist die Energy YouTube Show mit Mr. Trashpack. Wir spielen jetzt Entweder-Oder und zwar mit dem Schlaumacher. Marketing oder Schauspiel? In welchem Bereich? Also ich finde, für mich macht mir Marketing super viel Spaß und ich finde, jetzt auf mich bezogen, immer diese YouTuber, die so alles so egozentrisch sind, ich schauspiele nicht so gern, sondern ich versuche halt natürlich möglich so zu sein, wie ich bin, aber um erfolgreich auf YouTube zu werden, ist es manchmal ganz hilfreich, ein bisschen Marketingverständnis zu haben. Reisen oder zu Hause sein? Ich bin ein furchtbarer Couch-Potato tatsächlich. Bin aber auch, ich eigentlich, das Ding ist, ich würde so gerne viel reisen, aber ich bin zu faul und bin zu bequem in dem Sinne. Ich würde auch super gern mal irgendwie nach Sibirien oder so und diese unfassbaren Weiten sehen, aber wo penne ich dann? Und so im Zelt? Ich weiß nicht. Also, am liebsten Reisen von zu Hause. Okay, also, wie nennt sich das so? Ich gucke gerne Dokus. Warpen wäre, also so beamen oder sowas wäre mega, aber ich gucke auch gern Dokus. Geil, das ist die beste Art des Reisens, ja. Oder jetzt, wir warten noch auf VR, so, dann wäre das mega geil, glaube ich. YouTube oder Fernsehen? YouTube. Ich meine, da fragst du hier wahrscheinlich den Falschen. Ich finde Fernsehen einfach ein bisschen nervig mit der ganzen Werbung. Das kommt jetzt natürlich bei YouTube auch, aber ich kann halt einfach selber entscheiden. Allein, also das ist eigentlich das absolute Plus für YouTube. Ich entscheide, was ich sehe. Videos, die die Wissen vermitteln oder Videos, die einfach viral gehen. Das schließt sich ja nicht zwingend aus, würde ich jetzt mal sagen. Aber du musst dich jetzt für eins entscheiden. Natürlich, also, das ist sehr schwierig. Also, ich würde tatsächlich eher die moralisch sinnvolle... Also, was heißt, viral heißt ja nicht, dass es schlecht ist eigentlich. Also, ich würde ein gutes, virales Video wahrscheinlich vorziehen, weil dir bringt das beste Wissensvideo nichts, wenn es niemand sieht. True. Leute, das war das Entweder-Oder mit dem Schlaumacher, was der für Antworten gibt. War unfassbar. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Seinen YouTube-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ihr solltet auf jeden Fall am Sonntag um 20 Uhr bei Energy reinhören, denn da gibt es die Energy YouTube-Show. Die beste Radiosendung zum Thema YouTube auf der Welt. Und im ganzen Universum. Voll.